Das Gesicht. Eine Eins. Event? Das kann auch mir schaden, du Blödsinn. Man kann's nicht mehr zwei wirken. Außer es verrandet sich in ein Bombenfeld. Bombenfeld, Bombenfeld, Bombenfeld. Stromstrahl? Scheiße, scheiße. Hoffentlich kriegen wir jetzt ein gutes Item, wenn wir da durchlaufen. Boah, und Gregory ist geschrumpft. Was bringt das überhaupt? Außer, dass ich ihn zertrampelde. Bitte irgendwas Gutes, was mein Leben gleich hochhaut. Na toll. Safe. Bringt mir nicht viel. Das Ding gewächst, was da. Gregory ist dran. Mal sehen, was das bringt, wenn er klein ist. Es stand ja eben irgendwas, aber ich konnte nichts in der Lesung. Ich krieg einen Föhn, ey. Ach so, das schrumpft. Haha, das ist gut. Sag nicht, er landet auf dem Gewicht. Das wär geil. Entweder ist er dann... Er vielfältig ist dann eine Runde weg. Wär ja auch schön, wenn er ein K.O. wäre. Obwohl, wenn er so klein ist, dann muss er doch taus... Er ist nicht tot. Mann, das ist doch scheiße. Ich wollte mein Item gerade einsetzen. Scheiße. Das finde ich gemein. Das finde ich gemein, dass ich nie mal mein Item einsetzen kann. Gregory ist dran. Der setzt doch auch aus. Jetzt kann ich mein Item einsetzen. Nur um Gregory zu ärgern. Ja. Jetzt wünscht mir Glück, dass ich nie auf engen Scheiß lande. Das muss was Sinnvolles sein. Sinnvolles 7. Na, sehen wir's. Was bringt mir das Feld? Ich glaub, wieder nix gut ist. Komm, bitte irgendwas, was mich voll hochheilt. Oh, safe. Gott sei Dank. Gregory hat auch nix zum Aufladen. Gut. Ja, jetzt setzt er seinen 2-mal K.A.T. an. Es war so klar. Ah, nee. Äh, er machte meine Karte kaputt. Ach so. Uh. Jetzt sind wir aber schlau. Ich wünsche dir eine schlechte Zahl. Ich wünsche dir eine schlechte Zahl, die auf ein Bombenverhältnis... Eine Eins? Event? Oh Mann, das kann auf mir wieder schauen. Hoffentlich verwandelt sich das jetzt in ein Bombenfeld. Bombenfeld. Bitte Bombenfeld. Bomben, 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 Bomben. Nein! Fuck, Alter! Ich fress' nen Besen gleich. Das mach' echt gleich. Ich hol' gleich einen hoch. Und fress' nen Besen. Eine 4. Oh nein. Das bringt bestimmt 1, 2, 3, sag' ich doch. Außer Gregory kriegt das über'n Schädel. Das wär' schön. Ich glaube nicht, dass was passiert. Okay. Jetzt ist dieser Pisssack dran. Ich glaube, das verwende ich. Ich verwende ihn. Toll. Er darf keine 5 würfeln und auch nicht was darüber ist. Das wär' nämlich sehr scheiße. Meins Ernst. Ich wünsche dir was so Schlechtes. Jaha! Safe ist er dann, toll. Das ist doch scheiße. Ja, bist du jetzt glücklich, Gregory? Bist du bald mal tot, oder was? Ah, nee. Hatte ich nicht gerade was. Zurück. Aber er hat nix, ne? Hatte er jetzt was? Ach so. Naja. Ist nicht so schlimm. Er hat sogar so gleich gewonnen. Also Käsekuchen halt, ne? Was? Nein! Voll auf dem Bombenfeld! Nein! Nein! Ach nee, auf Event. Ja, toll. Bei mir passiert bestimmt was Schlimmes. Sag ich doch. Hab ich nicht gedacht? Geil! 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 Besonders wenn Gregory jetzt auf irgendeinem Feld unter 8 ist, ist das... Ah, hin, zwei, ein, zwei, drei, eins. Sechs. Aber trotzdem, er ist tot. Ich hab gewonnen. Geil. Wir haben gewonnen, Leute. Wir haben gewonnen. Gewonnen. Gewonnen! We are winning. So. Jetzt müssen wir... Und, und. Boom. Boom! Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Party, Leute. Party! Ja, du bist... Ich hab gewonnen. Ja! Ich krieg seine Seele jetzt. Juhu! Ja, ich weiß. Good job! Ja, hast du schon mal Sachen. Wunderbar, wunderbar. Wir haben eine zweite Seele. Ja, lass mich Busen in Ruhe. Oh, jetzt muss ich nur noch schnell zum Bett kommen. Ah! Guck mal, man ist hier unten. Jetzt aber schnell nach oben. Ich weiß ja nicht, ob Colette Boy greift mich nämlich, glaube ich, jetzt zu viel. Ich weiß. Auch an. Und das Blöde ist, dass er da auch noch steht. Und dann hat er seine Seele nämlich wieder, wenn er mich kriegt. Hehe. Deswegen überlege ich gerade. Hab ich... Ne, er ist rausgegangen. Gut. Dann können wir nämlich jetzt hochgehen. Und dann schlafen und schnell die Seele abgeben, weil ich hab keinen Bock, nochmal mit Roulette Boy zu... Oh! What the hell? Scheiße, er ist einfach wieder gekommen. Jetzt aber schnell. Wenn er uns kriegt, dann dürfen wir nämlich nochmal Roulette spielen. Und ganz ehrlich, Leute, ich hab darauf keinen Bock. Gut, er ist weg. Es gibt nämlich hier nicht viele Leute, die nett sind. Ich glaub nur TV-Fish, Judgment Boy. Und Neko-Zombie. Ich glaub, der Rest ist böse. Wir speichern erstmal vorher. Ich hab echt keinen Nerv da drauf. So. So, gespeichert. Weiter geht's. Jetzt geben wir noch die Seele ab. Da machen wir noch... Da machen wir noch Held Chef. Und da würde ich sagen... Das war's dann für heute. So. Aber Held Chef geht auch... Wirklich eigentlich sehr schnell. Von daher. Viele bunte Schmarchies. Viele bunte Schmarchies. Viele bunte Schmarchies. Ja, wir sind schon wieder da. Hallo. Alles fit bei dir? Ja, wir haben eine Seele. Die, 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 die. Hey, hey, dead! Good luck, dem Body! Und ein Stempel auf. Roulette Boy. Jetzt kommt Held Chef. Huch! Das war aber kurz gepennt. Ah, nee, ich fühl mich gut. Super. Jetzt muss ich nur mal kurz gucken. Gut. Jetzt muss ich erstmal ein bisschen was aus dem Schrank mitnehmen. Das kann man nehmen. Das, das, das. Das heißt, ich brauch noch ein bisschen was. Das kann man noch reinschmeißen gleich. Und Quellwasser vielleicht auch noch. Gelbes Kraut. Ihr werdet gleich sehen, was ich damit mach. Jetzt muss ich erstmal... Achso, ich kann ja vorne... Ja, James ist da. Ich weiß ja nicht. Und Held Chef ist ja auch da. Aber der haut ja ab. Von daher ist das nicht so schlimm. James wird nur das Problem dann, weil der ein bisschen nervkeksig ist. Na, 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 na. Schade, der reagiert nicht auf Klopfen. Das finde ich doof. Geht dich nichts an. Lass mich in Ruhe. Hallo, Held Chef. Hallo. Ich folge ihm. Kannst du mal weggehen? Danke. Kannst du bitte gehen? Ja, darf nicht. Ich kann nicht... Ich darf das nämlich nicht sehen, was wir machen. Das hält uns davon ab. Nichts. Nichts.